Hier ist eine Geschichte, die dein Herz erwärmen wird und dich daran erinnert, wie wichtig es ist, die Träume von anderen wahr werden zu lassen, egal in welchem Alter. Es war einmal eine Großmutter, die ihr ganzes Leben lang von einer Sache geträumt hatte. Sie wollte eine Katze besitzen. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich immer einen weichen, schnurrenden Freund gewünscht, der ihr Gesellschaft leistet, sie an kalten Winterabenden wärmt und ihr treuer Begleiter wird. Doch das Leben hatte, wie so oft, andere Pläne. Die Jahre vergingen und obwohl sie ihren Traum nie ganz aufgab, hatte sie nie die Gelegenheit, ihn zu verwirklichen. Ihre Familie wusste jedoch nichts von diesem geheimen Wunsch, bis eines abends ihre Enkelin zufällig hörte, wie sie mit einem sehnsüchtigen Seufzer von ihrer Kindheit erzählte. Die Familie schmiedete schnell einen Plan, diesen lang gehegten Traum wahr werden zu lassen. Sie beschlossen, dass Weihnachten der perfekte Zeitpunkt für diese Überraschung wäre, ein Geschenk, das wirklich von Herzen kam. Der Weihnachtstag kam und die Großmutter war von ihren Lieben umgeben. Sie bemerkte ein großes Paket mit ihrem Namen darauf, eingepackt in glänzendes Papier und mit einer roten Schleife verziert. Etwas verwirrt, aber neugierig öffnete sie vorsichtig die Schachtel. Zu ihrer Überraschung sah sie kleine, schwarze Ohren aus dem Inneren hervorschauen. Ihr Herz machte einen Sprung, als ihr klar wurde, was gerade geschah, und dann erschien ein winziges, neugieriges Gesicht aus der Schachtel. Mit zitternden Händen hob sie das Kätzchen vorsichtig aus der Verpackung und schaute in seine leuchtenden Augen. In diesem Moment wurde ihr Traum Wirklichkeit. Tränen stiegen ihr in die Augen und sie hielt das kleine Wesen fest an ihre Brust gedrückt. Es war, als hätte ihr ganzes Leben zu diesem einzigen perfekten Moment geführt, einer Verbindung zu einem Lebewesen, das nun auf ihre Liebe, Wärme und Fürsorge angewiesen war. Das Kätzchen schnurrte, als würde es spüren, dass es sein endgültiges Zuhause gefunden hatte. Diese rührende Geschichte erinnert uns an die Kraft der Träume und daran, wie sie uns ein Leben lang begleiten können. Manchmal können selbst die einfachsten Träume die tiefste Bedeutung tragen. Und wenn sie schließlich wahr werden, bringen sie eine Freude, die über Worte hinausgeht. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, vergiss bitte nicht zu liken und zu abonnieren, um weitere herzerwärmende Inhalte zu sehen. Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Hast du eine Geschichte über einen Lebenstraum, der wahr wurde? Oder vielleicht hast du jemandem geholfen, seinen Traum zu verwirklichen? Lass uns die Liebe zu Tieren und bedeutsamen Verbindungen weiter verbreiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017